Worum geht es in Meer? Einem Stück, welches unsere üblichen Kategorien wie Ort, Zeit, Handlung und Identität verweigert. Es geht um einen Mann, der nicht müde wird zu wiederholen, ich bin der Kapitän. Er kommandiert ein großes Schiff auf dem Meer. Das Schiff ist womöglich eine Erinnerung oder die Sehnsucht nach Identität. Ein anderer Mann, der nicht müde wird zu behaupten, ich bin der Gitarrenspieler, spielt die schönste Musik auf einer Luftgitarre für alle, die sie hören wollen. Der Kapitän erkennt voll Freude in einem älteren Paar seine von ihm lange vermissten Eltern. Sie jedoch sehen in ihm nicht ihren verlorenen Sohn und fürchten sich. Ein junger Mann beschwört eine junge Frau, dass sie ihn nie verlassen dürfe, weil sie einander nun endlich gefunden hätten. Sie aber fühlt sich magisch zu den Klängen einer Gitarre hingezogen, die er nicht hört. Ein älterer Mann erkennt seine eigene Frau nicht wieder und sagt, er habe alles Unbekannte satt. Obwohl die Figuren einander in ihren Wahrnehmungen oder Behauptungen grundlegend widersprechen und zutiefst verunsichern, haben sie eine gemeinsame Frage, die sie letztlich alle nicht beantworten können. Wo sind wir? Oder ist das hier woanders? Sind hier noch andere? Sind wir wach oder träumen wir? Können wir nicht weggehen von hier? Und unterhalb der sozusagen wellenschlagenden, tragikomisch aufeinanderprallenden Gegensätze teilen sie eine existenzielle Not, die lautet, Verlass mich nicht. Die archetypischen Figuren treiben zeitlos auf einem Weltmeer der Traumlogik, begegnen einander zwischen Erinnern und Vergessen, Dasein und Tod, Ort und Nichtort, Sprache und Schweigen. Das menschliche Unvermögen, sich selbst und den anderen zu kennen, die unerhörte Sehnsucht, dem Alleinsein zu entkommen und die tröstliche Existenz einer zusammenhänge stiftenden Sphäre des Nichtsichtbaren, des Unsagbaren, bringt Jun Fosse in mehr elementar zur Sprache. Der norwegische Gegenwartsautor beschreibt die Entstehung seiner Theaterfiguren folgendermaßen. Alle meine Figuren haben diese kindliche Angst des Verlassenwerdens. Das ist das Bild. Ein kleines Baby, ganz allein in der Welt. Ohne Sprache. Einfach hineingezwungen. Ich bewege mich im selben Raum wie die Figuren und analysiere die Geschichten zwischen ihnen nicht. Ihre Unsicherheit ist immer auch die meine. Ich halte es für wichtig, in Theaterstücken nicht moralisch Partei zu ergreifen, zu sagen, der eine hat Recht, der andere hat Unrecht und irgendwelche Urteile abzugeben. Das möchte ich nicht und das finde ich auch nicht richtig. Eigentlich möchte ich erreichen, dass in meinen Stücken alle im Recht sind und, wenn man so will, liegt auch in dieser Absicht eine Art Moral. Alle meine Figuren haben Fehler. Klar. Wie wir alle. Und alle meine Figuren sind eigentlich aber auch im Recht. Es sind emotionale Situationen, in die ich kreiere und in die ich mich einfühle. Ich beschreibe eine Dynamik, eine Energie zwischen den Menschen. Sie kommen sich nahe und trennen sich. Sie verletzen einander. Sie erfreuen einander. Sie erschaffen einander gegenseitig. Es sind keine Charaktere, die ich gestalte. Ich kreiere vielmehr dieses seltsame Kraftfeld zwischen ihnen und was sich dort an Situationen und Stimmungen abspielt. Ich mag meine Figuren, selbst wenn sie manchmal dumm sind. Die Menschen haben keine eindeutigen Charaktere. Ich will lieber die Beziehungen zwischen ihnen als ihr inneres Leben schildern. Nicht Identität, sondern Beziehungen steuern unser Leben. Und keine andere Kunstform außer dem Theater kann dieses soziale Spiel abbilden. Meine Figuren gehören sicher nicht zur Mittelklasse. Ich würde von gewöhnlichen Menschen sprechen. Es sind Arbeiter, Studenten, glücklose Künstler, die verloren wirken und nicht das Bewusstsein haben, zu irgendeiner Klasse zu gehören. Mir geht es eher darum, wie die Menschen sich gegenseitig konstituieren, wie sie ihre Beziehungen gestalten und welche Sounds es zwischen ihnen gibt. Sie sind für mich ein schwarzes Stück Papier, dessen Umriss ist der Sound. Wie aber lässt sich ein Text, der sich eher wie eine Partitur liest, auf die Bühne bringen? Was für einen Raum braucht so ein Stück beziehungsweise welchen Ort verträgt ein Stück, welches die Verortung verweigert? Und wie sollen sich die Schauspieler auf der Bühne bewegen? Natürlich konkret, aber sitzen sie auf dem schwankenden Boot des Fährmanns Charon? Sind sie bereits im Hades oder leben sie noch? Die Bühnenbildnerin Myriel Gerstner hat dafür einen Raum erfunden, der auf den ersten Blick einem kunsthistorischen Museum ähnelt. An allen Wänden hängt jedoch dasselbe Bild. Es handelt sich um das Gemälde Flussmündung aus dem 17. Jahrhundert von dem holländischen Landschaftsmaler Jan van Goyen. Bei genauerem Hinsehen ist der Raum also eine Art Labyrinth, unter anderem inspiriert von einem philosophisch-fantastischen Text von Jorge Luis Borges, die Bibliothek von Babel, in dem es um nichts Geringeres geht als um die Unendlichkeit, um die unendliche Wiederholung und somit auch um unsere Endlichkeit, die wir uns nicht vorzustellen wagen und um unseren Tod, den wir nicht denken können. Die Theaterstücke des Gegenwartsautors Jun Fosse kreisen um Sprachlosigkeit, Begegnungen und Verlust. Sie erzählen von elementaren Dynamiken, die zwischen Menschen entstehen, also viel mehr von Zwischenräumen als von Räumen. Trotz einer gewissen Düsternis wohnt seinen Texten stets auch etwas Lichtes, Tröstliches inne. Fosse, der aus unserer Sicht tief von der norwegischen Fjordlandschaft geprägt zu sein scheint, will seine Stücke jedoch nicht autobiografisch verstanden wissen. Er bezeichnet sich selbst als Mystiker und großen Verfechter des Unterschieds, nicht des Dualismus. In Zukunft will Fosse keine Theaterstücke mehr schreiben. Mehr hat er bereits 2006 geschrieben und 2014 wurde es in Bergen-Uhr aufgeführt. Jun Fosse wurde 1959 in der norwegischen Küstenstadt Haugesund geboren und wuchs am Hardangerfjord auf. 1983 erschien sein erster Roman Rot-Schwarz. Nach der Veröffentlichung von Lyrikbänden und Kinderbüchern wurde 1994 sein erstes Theaterstück »Und trennen werden wir uns nie« am Nationaltheater in Bergen-Uhr aufgeführt. In der Folge verfasste er hauptsächlich dramatische Texte, letztendlich 33 Stücke, die in über 40 Sprachen übersetzt und weltweit über 1000 Mal aufgeführt wurden. Fosse erhielt zahlreiche Auszeichnungen für sein Werk. Neben Prosa verfasste er auch Opernlibretti wie beispielsweise »Melancholia« und »Morgen und Abend«, die jeweils auf der Grundlage seiner Romane entstanden sind. Fosse lebt derzeit in Bergen, Oslo und in Heimburg an der Donau. »Waslo über 17 Absatz »GTEREN »HISK »Morgen laborations « »Morgen «